Ah, hier Fluss zwischen, okay, das ist, äh, natürlich jetzt blöd. Das heißt, ich darf den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Ah, nein, drei Bäume. Ich hab keine Ahnung mehr, deswegen. Tensemann. Die hat noch genug. Oh, man, Saus. Okay, dann werden sie jetzt in den Einsatz geschickt, hoffentlich. Tschüss. Ah, jetzt Standardangriff. Da sind wir immer schnell, okay, bedient. Ergert mich das gerade hier. Den ganzen Weg zurücklaufen. Ich ess mal kurz was, ich müde mich mal schnell. Das finde ich ja richtig klasse. Ich bin gerade ab dem Essen und da kommt so ein riesen Fight hier. Wir müssen eigentlich aufhören zu Karon. Können wir uns erst mal um die hier. Wum. Ah. Und um die hier. Wir werden das Problem an denen haben hier. Alle die lila Bäume. Die tun sie immer wiederbeleben. Deswegen müssen die halt erst so sterben. Und zwar alle drei mit gleichzeitig. Jawohl. Hilf nicht. Doch. Aber nicht mehr lange. Nice. Jawohl, Level 27. So wollte ich das haben. Eine Vollheilung. Wow. Geile Sache. Oh, Mots. Wie kommen wir mal hier zwei drauf? Ja. Ich hätte damals schon um richtig skillen müssen. Jetzt habe ich zwölf Punkte verschwendet. Ich habe eigentlich überall verschwindet ein paar Punkte. Ah ja. Macht hier nix. Hier ist auch nichts zum hochgehen. Oder man kommt da gar nicht hin. Das kann natürlich auch sein. Ah. Komm. Das ist so nicht wahr. Können wir uns erst mal hier vorne um die zwei. Wum. So. Da soll das glaube ich mitgehen. 51, 53. Okay. Circa 90 leben. 99. Kann uns ausheben. Da ist jetzt die Frage so. Um den Drämer. Da kommen wir auch auf den Tag. Und tschüss. Sagen wir jetzt nochmal den. Den da drauf. Nochmal den hier. Und eventuell. Gucken wir, ob da irgendwie die drauf angreifen. Ey. Wow. Da müssen wir gleich in der Eilung ansetzen. Nicht set out. Wird getötet. Okay. Den gegegen wir drauf. Super. Oh. Jetzt wird es knapp. Und jetzt müssen wir langsam mit dem Mana wirtschaften. oder irgendwo finden, wo wir uns Pennen legen können. 8100 Münzen. Die sind eigentlich ganz gut. Sonst müssen wir uns immerhin teleportieren. Das ist auch nur die einzige Möglichkeit. Äh. Die kostet auch immer 3. Das ist halt das Problem. Achtet haben wir noch 10 Mal. Ja. Ja, mal von der Angriff darauf. Oder nicht immer auf die... Das vergleiche ich auf, was das denn nicht stirbt. So, zwei sind down. Dritter down, super. Ah, Magie. Na komm, wir können die Mittelheilung hier noch verschwinden. Da haben wir gar kein Mana mehr. Schau mal, da ist irgendwas in der Mitte. Darf natürlich kein, äh, größter Gegner sein. Nämlich hier Steinkreise. Taucht dir da eine Mitte auf? Wow, 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 okay. Äh... Das wird jetzt krass. Jetzt wird mir eventuell nur ein Angriff darauf machen. Das wird jetzt hier eine Heimersache. Weil wir jetzt hier Leute haben, die Damage austeilen. Und sich halten können. Und deswegen müssen wir erst die Heiler kaputt kriegen. Oh, ja, oh. Tschüss. Komm, Klau noch drei. Und der nächste... Und... Und einer nur noch. Zwei schneller Standangriff drauf. Nice. Das war nix mein Freund. Ja, wir müssen... Wir gehen zurück in die Stadt. Das wird hier so nix. So, Gepäck. So. Ja, mit dem Stab haben wir noch diesen Feuerstab hier. Aber macht nicht viel Angriff. Das ist das Problem. Super. Super. Es muss hier unten sein. Hm... Sollen wir das Pulver mal ausprobieren? Okay, hier hilft nix. Ich würde sagen, ich war einen kurzen Cut. Und eventuell, wenn irgendwas auftaucht, dann zeige ich mir direkt Bescheid. Oder wir sehen uns direkt dann in der Aufnahme. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in der nächsten... paar Minuten, in der nächsten Zeit. Und gucken, was dann geschieht hier. Ich würde sagen, bis gleich.